Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Einer der Gäste, die mich unfassbar beeindruckt hat und ich sehr vieles lernen konnte, aber nicht nur ich, sondern Hunderttausende von Zuschauern auch, ist der Dr. Matt Matthias Mayer. Er ist derjenige, der sich da mit diesem autonomen Nervensystem von der Wirbelsäule, das Geflecht, wo überall hingeht, bis zum kleinsten Ziel, sich beschäftigt, da, wo alles zusammenhängt. Und mit ihm werde ich heute ein weiteres Gespräch machen über das Dehnen. Und da möchte ich mal wissen, was er davon hält. Ist das wirklich immer empfehlenswert oder nicht? Das werden Sie gleich nach dem Intro hören. Bis gleich. Da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen den Gast auch zeigen, Dr. Matt Matthias Mayer. Ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, gehen wir ins Thema rein. Dehnen, Sinn und Unsinn. Ich höre immer wieder, es sei sehr sinnvoll, das zu machen. Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, was man damit erreichen möchte. Denn ich habe in meinem Leben relativ viel Sport gemacht als Jugendlicher und als junge Erwachsener. Und zum Sport gehört das Dehnen eigentlich immer dazu, gerade nach dem Aufwärmen, um Flexibilität zu verbessern. Beispielsweise, wenn ich jetzt ein Weitspringer bin, muss ich in der Lage sein, meine Beine möglichst weit auch in dieser Sprungphase auseinander zu bewegen. Oder wenn ich Turner bin, ist Flexibilität wichtig. Ist auch noch die Verletzungsgefahr kleiner? Es kommt ein bisschen darauf an, zu welchem Zeitpunkt man dehnt und wie intensiv man dehnt. Wenn man beispielsweise in einem nicht aufgewärmten Zustand dehnt, dann kann man sich die eigene Muskulatur auch damit verletzen, wenn man zu stark dehnt. Oder wenn man eine intensive Sporteinheit hinter sich hat und danach intensiv dehnt, wo die Muskulatur eh schon unter einer Belastung gelitten hat, sage ich mal, dann kann man auch da kleine Muskelfaserrisse mit induzieren. Das heißt, da muss man zum einen aufpassen, wie viel man dehnt, wann man dehnt. Und es ist auch die Frage, was man dehnt. Denn es gibt einen Grund dafür, warum Muskulatur unter einer bestimmten Spannung steht und wann sie eben nicht angespannt ist. Und deswegen muss man unterscheiden, ob ich jetzt zum Beispiel dehne, um mein Hüftgelenk oder auch meine Schulter für Schwimmer zum Beispiel in eine flexible Position zu bringen, damit ich besser schwimmen kann. Oder versuche ich beispielsweise, von mir aus angespannte Nackenmuskulatur zu dehnen, weil sie von sich aus verspannt ist. Das ist ein Riesenunterschied, weil das eine soll Flexibilität für Funktionsverbesserung fördern und das andere soll die Muskulatur zwingend zu entspannen, obwohl sie es eigentlich von sich aus gar nicht will. Und da kommen wir wieder auf das autonome Nervensystem, weil die kleinen Muskeln, die die Wirbelsäule halten, sind ja autonom gesteuert. Die kann ich nicht per se selbst steuern. Ich kann zwar die großen Rückenmuskeln, die kann ich trainieren, die sind ja steuerbar. Aber die kleinen Segmentmuskeln, die nachher verspannen, um meine Wirbelsäule zu halten, die sind von meinem autonomen Nervensystem, insbesondere vom sympathischen Nervensystem gesteuert. Das heißt, wenn die verspannen, dann ist das eine autonome Reaktion, die gewünscht ist. Und da muss man sich fragen, warum ist sie denn gewünscht? Was ist denn das Problem? Und wenn ich dann diese Dehnung erzwinge, was passiert dann? Und das ist eine Frage, die sich, glaube ich, sehr wenig Leute stellen. Denn wenn man im Netz guckt, da gibt es ja unfassbar viele Videos und Erklärungen, zu welchen Dehnübungen ich machen muss, wenn ich verspannte Muskeln habe. Aber keiner von diesen Empfehlungen schaut sich vorher das Röntgenbild an von der Wirbelsäule, wie sie denn strukturiert ist, ob sie denn vielleicht in einer Fehlstellung verharrt und man dann autonom eine angespannte Muskulatur hat, um diese Fehlstellung zu halten. Das ist unfassbar. Ich verstehe es. Und ich dehne dann diese verspannte Muskulatur und ich dehne automatisch in die Fehlstellung rein und mache die Fehlstellung damit schlimmer. Das Schöne in dem Moment und das Angenehme für den Patienten oder für den Menschen ist, dass die Muskelspannung natürlich dann nachlässt. Das kann ich mich nur mit Dehnung erreichen. Das gibt dann auch die Triggerpunkttherapie. Es gibt Massagen. Es gibt Fango. Es gibt Medikamente, die die Muskelspannung reduzieren sollen. Allen Therapieansätzen gemeinsam ist es zu versuchen, die autonom gesteuerte Muskulatur zu entspannen. In diesem Fall, wenn man davon ausgeht, dass wir selbst heilend und selbst regulierend sind und die Muskelspannung ein selbst regulierender Prozess ist, verhindern wir damit Stabilität. Und wir führen damit in eine instabilere Situation. Und damit in eine Verschlechterung der Fehlstellung und in eine Verschlechterung der Funktion des darin enthaltenen Nervensystems. Ich möchte es nochmals zusammenfassen. Schauen wir mal mich an. Ich bin total steif. Also wenn ich da die Socken beim Stehen anziehen will, ist es ja schon eine Herausforderung. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt dehnen müsste und schauen muss, dass meine Flexibilität größer ist, sondern es ist eigentlich die Wirbelsäule, die ganz bewusst eine Anspannung hat, um mich gerade zu halten. Und darum ist sie angespannt. Und wenn ich jetzt wirklich bewusst Dehnübungen machen würde, dann würde eigentlich diese vom autonomen System herangezwungene Stellung der Wirbelsäule in eine andere Stellung kommen, die dann aber nicht mehr zweckmäßig wäre. Ist das richtig? Ja, also es kommt ein ganz klein bisschen darauf an. Da ist immer schön, die Struktur der Wirbelsäule vorher zu sehen. Wenn ich beispielsweise eine lange Autofahrt hinter mir habe und ich merke, ich bin ganz verspannt, ich muss mich bewegen und ich merke, durch die Bewegung kommt langsam wieder Leben in meinen Rücken. Und auch wenn ich mich dann ein bisschen dehne, das macht ja erstmal nichts. Es geht mir darum, dass chronische Fehlstellungen, die dann eine Nackenverspannung auslösen beispielsweise. Das ist ja etwas, was extrem viele Menschen beschäftigt, dass man den Leuten nicht sagt, du musst deine Verspannung wegdehnen, sondern die Ursache für die Verspannung lösen. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen sitzenden Beruf und es tut mir gut, immer wieder aufzustehen und mich zu bewegen und zu dehnen, das ist erstmal nicht schlimm. Aber ich kann vielleicht mal ein Bild zeigen von einer Patientin, der genau das passiert ist und die dann zu mir gekommen ist. Und zwar, ich hoffe, man kann es sehen, ist eine junge Frau, die sehr, sehr starke Kopfschmerzen hatte, starke Nackenverspannungen und Schwindel und zudem noch starke Kieferverspannungen, die vor allen Dingen nachts aufgetreten sind. Und wenn man diese Röntgen wieder sich anschaut, von vorne auf der linken Seite und von der Seite in der Mitte und dann die Halswirbelsäule insbesondere in der Seite auf der rechten Seite, sieht man zum einen, dass da einige Fehlstellungen sind am Becken, an der unteren Brust zur Lendenwirbelsäule, dann an der oberen Brustwirbelsäule und dann die gesamte Halswirbelsäulenkurve ist ein bisschen nach links konvex. Der Kopf ist nicht zentriert und man sieht, dass hier die Halswirbelsäule in eine umgekehrte Kurve zeigt. Die gelbe Kurve soll zeigen, wie eine normale Halswirbelsäule ausgerichtet sein sollte. Das sind üblicherweise 30 bis 40 Grad in einer Kreisrundung. Und jeder 400 Meter Läufer oder Mathematiker wird wissen, dass die Innenseite eines Kreises eine kürzere Strecke hat als die Äußere. Deswegen sind im Stadion die Leute so gestaffelt, wenn sie ab 200 Meter laufen. Und das ist hier auch so. Und man muss verstehen, dass auf der Rückseite dieser Wirbelkörper das Nervensystem ist, also das Rückenmark und die Nervenwurzeln. Wenn ich eine Wirbelsäulenkurve habe, die in eine physiologische Position ist, nämlich 30 bis 40 Grad etwa so, dann ist das Rückenmark in einer entspannten Seite, also der kürzeren Seite. Und das ist natürlich angenehm. Das ist gut für die Bandscheiben. Das ist gut für die Bänder, die hinten die kleinen Dornfortsätze verbinden. Es ist gut für die Nervenwurzeln, für das Rückenmark selbst, für die Signalweiterleitung und Steuerung von allem Möglichen. Wenn ich jetzt durch irgendwas, entweder einen Unfall oder durch viel sitzende Tätigkeit oder durch ausgeprägten Handy gebrauche, das sehen wir dann in einem der nächsten Interviews, dann wird sich diese Halswirbelsäule in diese Richtung bewegen. Und dann haben Sie eine sogenannte umgekehrte Halswirbelsäulenkurve. Und jetzt ist das Rückenmark auf einmal auf der Außenseite. Das heißt, es wird gespannt. Und jeder weiß, gespanntes Nervengewebe ist nicht so optimal. Das heißt, es wird Druck auf den Bandscheiben ausgeübt werden. Das wird zu mehreren Bandscheibenproblemen führen, die nach hinten dann eher ihren Ausweg suchen. Es spannt die Nerven, es spannt die Bänder. Und weil das Nervensystem immer bemüht ist, einen Selbstschutz zu betreiben, wird es den Muskeln hier hinten befehlen, zu verspannen, damit es möglichst gehalten wird. Wenn es das nicht tut, dann geht es ja weiter in die falsche Richtung. Und das ist das, was dieser Dame empfohlen wurde, nämlich den Kopf nach vorne zu dehnen und die Muskeln zu entspannen. Es macht ja auch erstmal Sinn, wenn man überlegt, die Muskeln sind hier hinten, sie sind verspannt, ich gehe in die Gegenrichtung. Und für jeden hört sich das erstmal vernünftig an. Damit kann ich ja die Muskeln entspannen. Man vergisst nur und man missachtet dieses Gesetz der Selbstheilung und Selbstregulierung, dass das autonom einen Sinn hat. Und deswegen ist es besser, das wieder in die richtige Richtung zu bekommen und die Halswirbelsäule in eine möglichst harmonische Struktur zu bekommen, dann wird dieser autonome Reflex wegbleiben und die Muskeln brauchen nicht mehr verspannen. Jeder, der einem rät, den Kopf nach vorne in die Fehlschlung zu dehnen, der weiß das nicht. An dieser Stelle könnte man aufhören zu reden, weil es ist alles geklärt. Aber ich habe ja in der Zwischenzeit auch noch mit ein paar Ärzten, insbesondere auch zu Anärzten gesprochen über dich. Und die haben mir schon gesagt, ja, ja, sie wissen schon, das ganze Zähneknirschen, Grieferfehlstellungen, kommt vom autonomen Nervensystem. Das kann ja gar nicht anders sein. Aber warum gehe ich dann zum Zahnarzt wegen Zähneknirschen? Was hat die einen Grund? Also ich habe Gott sei Dank ein paar Zahnärzte in meiner Nähe, die das wissen von mir und die auch zu mir als Patienten kommen und die schicken mir auch regelmäßig Patienten mit diesem Problem. Ich glaube, das Wissen wird sich schon weiter verbreiten. Es ist halt einfach nicht so wirklich in der Lehre. Und ich weiß jetzt nicht, wie weit Zahnärzte oder Zahnstudenten das lernen. In meinem Studium habe ich das nicht gelernt, dass dieser Zusammenhang einfach da ist und dass der eine klinische Bedeutung für den Patienten hat. Und wie die therapeutische Bemühungen sein könnten, um die Ursache zu beheben. Ja, nicht mit Zahnschienen. Wobei das natürlich erstmal ein mechanischer Schutz sein kann. In der Zwischenzeit würde ich aber schon versuchen, etwas an dem Problem zu ändern. Und ein Problem finde ich in 100% der Patienten eine Fehlstellung in der Wirbelsäule, die man gerade bei jungen Leuten meistens wunderbar korrigieren kann. Und dann eine hohe Erfolgsfonds mit hat. Also ich habe das alles perfekt verstanden. Jetzt möchte ich aber mal noch eine andere Schleife machen. Meine Steifheit habe ich auch schon gesehen, dass wenn ich zum Beispiel eine Woche lang speziell Kur machen und esse, dass der Übersäuerungsgrad massiv zurückgeht. Und plötzlich sehe ich wieder, oh, da ist eine Beweglichkeit, da ist ja unfassbar. Das ist, denke ich, auch ein Problem ist unsere Ernährung und die Art, wie wir leben. Das wird typischerweise in eine sympathische Reflexsituation führen. Irgendein mechanischer oder chemischer oder emotionaler Stress wird erstmal das autonome Nervensystem in Richtung Sympathikus schieben. Und der Sympathikus macht ein bisschen vermehrt Entzündungsprozesse. Und das kann zum Beispiel auch die Gelenkkapseln bedingen. Das heißt, wenn eine Gelenkkapsel ein bisschen anschwillt oder entzündet ist oder vielleicht auch sogar schmerzhaft, dann wird sie auch die Beweglichkeit einschränken. Wenn das die kleinen Facettengelenke betrifft, dann der Wirbelsäule oder die Knie oder die Hüfte, dann merke ich das insgesamt in einer Unbeweglichkeit oder in einer Steifheit. Wenn ich dann allerdings entsäure und meine Ernährung ändere, vielleicht auch mehr Sport mache, spazieren gehe, Sonneneinstrahlung, besser schlafe, das wird zu einer langsamen Entgiftung oder zu einer Reduktion dieser sympathischen Stresslevels führen. Und das wird wieder im Sinne einer Selbstheilung und Selbstregulierung die Spannung in den Gelenken verbessern oder auch zum Beispiel eine Bandstabilität am Becken verbessern und dementsprechend die muskuläre Schutzreaktion wieder ein bisschen zurückgehen. Und dann hat man wieder eine bessere Beweglichkeit, fühlt sich besser. Und das ist, denke ich, dieser Reflex. Wir haben angefangen mit dem Sportler, der am Anfang dehnt. Und jetzt gehen wir mal davon aus, seine Wirbelsäule ist eigentlich perfekt ausgerichtet. Dann macht eigentlich das Dehnen schon Sinn, einfach als Aufwärmphase ist das. Ich habe mich das schon verstanden. Diese Empfehlungen haben meines Empfindens nach sich in den letzten 20 Jahren mehrfach geändert. Ich habe am Anfang gelernt, man muss unbedingt dehnen, gleich nach dem Aufwärmen. Der nächste sagt, du bist so verrückt. Du nimmst dir die eigene muskuläre Spannung für Leistung weg, wenn du dich vorher dehnst. Du musst nach dem Sport dehnen. Dann sagt man ein paar Jahre später, ach, das geht überhaupt nicht. Du hast ja schon belastet. Du kannst ja jetzt nicht die belastete Muskulatur in die Dehnung bringen. Du reißt ja die Muskelfasern. Und im letzten Kurs, den ich gemacht habe, das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her, da hat man auch eher sich zurückhaltend geäußert zu dehnen. Ich persönlich mache es so, dass ich nach meinem Sport mich leicht dehne. Vor allen Dingen in der Muskulatur, die belastet wurde. Wenn es jetzt laufend ist, dann vor allen Dingen Beine. Da habe ich sowieso ein Defizit. Ich bin ja nicht sehr flexibel. Schultern geht bei mir besser. Ich habe früher viel Schwimmtraining gemacht. Das ist dann ein bisschen auch antrainiert. Aber nicht in Situationen, wo ich dann merke, es tut mir weh. Es ist doch die Frage, bewege ich gerade den Muskeln und die Sehnenansätze oder dehne ich eigentlich in den Nerven. Das hängt auch davon ab, wie genau die Gelenkstellung eigentlich gedehnt wird. Manchmal ist es beides zusammen. Wenn man so einen ausschießenden Schmerz ins Bein hat beim Dehnen, dann ist der Nerv schon unter einer deutlichen Stresssituation. Das muss ja nicht sein. Aber wenn ich das nicht mache nach dem Joggen dehnen, habe ich Muskelkrater am nächsten Tag. Ich vermute, dass man den Muskelkrater sowieso bekommt. Weil der Muskelkrater ist ja im Prinzip ein Ausdruck dessen, dass man vorher eine Gewebeschädigung im Muskel durch das Training forciert hat. Und diese Gewebeschädigung muss repariert werden. Es ist ein sympathischer Stress, gefolgt von einem parasympathischen Heilreflex. Das heißt, die Muskeln werden dann wieder aufgebaut werden müssen. Ob man sich jetzt danach dehnt oder nicht, muss das passieren. Das Gewebe muss adaptieren. Und es kann sein, dass durch die Dehnung ein bisschen mehr Entspannung in den Muskel reinkommt. Aber dieser Reflex des Reparierens, der muss trotzdem stattfinden. Nochmals jetzt auch repräsentativ von mir, diese Steifigkeit, habe ich so das Gefühl, so zu nennen, natürlich nicht dramatisch, oder? Aber bei solchen Menschen würdest du jetzt schon einfach generell empfehlen, zu schauen, weshalb ist dieser Muskel angespannt. Und dann müsste man eigentlich genau dies behandeln, dass diese Wirbelsäule Verspannung in die Entspannung kommt. Und dann ist auch die Flexibilität wieder da. Ich merke es ja manchmal bei Patienten, die sowas berichten, indem man nur einmal von Schädel bis Becken die Blockierungen löst. Allein das wird ja schon den Druck maximal entlasten. Und die Wirklichkeit ist auf einmal besser. Das spüren die Leute, wenn sie dann aufstehen. Und allein das kann schon eine große Hilfe sein, wenn man das nur ab und zu macht. Wenn das etwas ist, was mit gewissen Symptomen einhergeht, ob es eine Ausstrahlung ist, ob es ein Herzrhythmusproblem ist, ob es Verdauung ist oder sonst irgendwas, dann lohnt es sich manchmal auch nach der Struktur der Wirbelsäule zu gucken, zum Beispiel mit einem Röntgenbild. Und vielleicht auch nach der autonomen Funktion, ob denn dieser Sympathikus oder Parasympathikus stressmessbar ist. Und dann kann man das sehen. Man kann ja sogar auch die Muskelspannung autonom rechts und links miteinander vergleichen. Das mache ich auch täglich in der Praxis. Oder zu gucken, wie ist die Durchblutungssituation rechts gegenüber links einer einzelnen Segmenten. Gibt es Stoffwechselprozesse, die hier mehr stattfinden, als auf der anderen Seite, was dann auch für eine biomechanische Einschränkung der Wirbelsäule spricht. Sonst wäre es auf beiden Seiten gleich. Und das hilft mir zu gucken, habe ich die autonome Funktionseinschränkung auf dem gleichen Segment oder auf der gleichen Höhe wie die strukturelle Veränderung an der Wirbelsäule. Dann habe ich den Beweis dafür, dass Struktur und Funktion in diesem Segment zueinander gehören. Und meine Aufgabe ist zu versuchen, beides wieder aufzurichten, zu verbessern. Und damit, was auch immer dieser Nerv aus diesem Segment versorgt, in eine Selbstheilung und Selbstregulierung zu bringen. Ich möchte vielleicht noch erinnern an eine der letzten Sendungen miteinander, wo wir mal auch über Schmerzen gesprochen haben. Wenn auf der rechten Seite, Körperseite, irgendwo ein Schmerz auftaucht, aber links nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, ich glaube, du hast gesagt, fast 100 Prozent, dass es über das autonome Nervensystem ist. Einfach, dass das Gefecht hinten wieder irgendwo zieht, bis zu rheumatischen Beschwerden, einseitig oder weiß Gott was. Und das fand ich so beeindruckend und überzeugend. Und ich frage mich einfach, das ist ja eigentlich eine neue Art Grundausbildung, die jeder Mediziner zuerst lernen müsste, dass es dieses Gefecht gibt und wir uns eigentlich viel mehr auf diese muskulären Verflechtungen fokussieren müssten. Eigentlich wird schon viel im Studium gesagt, nur man macht diese Verbindung in den Therapieansatz nicht. Das ist eigentlich der einzige Unterschied, wenn man das System einmal verstanden hat. Es ist nur ein kleiner Schritt. Es ist vom Symptombehandeln zum Ursachensuchen. Und der Rest bleibt gleich. Die Anatomie und die Physiologie hat sich dadurch nicht geändert. Sobald ich aber verstanden habe, was ich machen muss, ist es auf einmal ganz einfach. Auch wenn es natürlich in den Details unglaublich kompliziert ist. Und ich glaube, das wird für immer auch ein gewisses Rätsel bleiben, wie das alles funktioniert. Aber die Grundlagen sind da. Und das System, wie es funktioniert, in seinen Grundzügen, ist auch eigentlich ganz einfach zu verstehen. Eigentlich muss jeder, der in diese Richtung arbeiten will, nur diesen einen kleinen Schritt machen. Vom Denken, jemand hat ein Symptom, ich muss das Symptom behandeln, beispielsweise eine muskuläre Verspannung, zu hin, warum ist dieser Muskel verspannt? Und zu akzeptieren, dass wir als Menschen selbst heilen und selbst regulierend sind und dass alles, was in unserem Körper vorgeht, in eine Selbstheilung und Selbstregulierung auch interpretiert werden muss. Und dann ist es einfach. Weil das Nervensystem all die Sachen kontrolliert. Also gucke ich, wo kommt denn die Ursache her? Ich sehe es ja. Und dann ändere ich das so gut ich kann. Ich stresse jetzt mal schnell meine Mutter in der Regie. Sie ist 79 Jahre und jetzt rufe ich sie mal. Kannst du mal über das Mikrofon uns mitteilen, ob du alles verstanden hast? Du musst den Knopf drücken. Natürlich. Ist schon eindeutig, oder? Ja. Danke vielmals. Super. Das war eine Live-Zuschaltung und das hat funktioniert. Großartig. Du lieber Matthias, ich kann gar nichts mehr sagen zu diesem Thema. Ich denke, die Sendung ist durch. Wir haben die Leute angestoßen, animiert dazu, weiterzudenken. Nicht einfach nur symptommässig zu schauen, sondern immer sich zu hinterfragen, ist das, was ich jetzt als Problem erachte, die Ursache oder nur die Wirkung? Und dann muss man halt einfach eine Kaskade zurückgehen. Naja, du bist in Ulm zu Hause und so viele Leute, die das jetzt machen, wie du es erkannt hast, machen noch nicht. Deshalb wäre jetzt eigentlich ein Aufruf da, dass mir ganz viele Therapeuten und Ärzte eigentlich irgendwie animieren könnten, eine Ausbildung bei dir zu machen oder wie wäre das möglich? Ich habe diesbezüglich noch nichts geplant. Allerdings habe ich ein Newsletter auf meiner Homepage eingerichtet, über den ich informiere, wenn irgendwas Neues ist. Wenn ich von Kollegen und das können Osteopathen, das können Chiropraktiker oder auch Ärzte sein, die das lernen wollen, sperre ich mich natürlich nicht. Ich kann versuchen, da ein Ausbildungsprogramm zusammenzustellen. Und ich würde das dann über diesen Newsletter auch dann ankündigen. Und dann kann man beispielsweise, quartalsweise, mal ein Wochenende sich zusammensetzen und dann können wir alles mal durchgehen von dem zumindest, was ich an Erfahrung da mitbringen kann. Und ich habe mehrere tausend Röntgenbilder, die ich zeigen kann, mit mehreren Patienten sogar noch als das. Und dementsprechend gibt es da viel Diskussionsmöglichkeiten. Und das können wir schon mal gerne machen. Gut. Und ich werde schauen, dass ich dich irgendwie als Redner in irgendwelchen Ärzteausbildung, Therapeuten-Ausbildungsmedien hinkriege. Vielleicht sogar mal Kross. Hartmut Schröder macht ja auch immer wieder in Kross so etwas, wo hunderte von Ärzten da sind, die komplementär denken. Ich glaube, da gehörst du einfach hin. Das Wissen muss raus. Ich denke, dass das Interesse da wäre. Nur diese Umsetzung in die Praxis, das wird vielen wahrscheinlich schwerfallen. Du hast das ja auch nicht in einem Wochenendseminar gelernt, oder? Nein, das hat ein paar Jährchen gedauert. Aber ich finde, es ist sehr lohnenswert, weil die Befriedigung der täglichen Arbeit durch die Rückmeldung von Patienten ist so viel grösser, als wenn mein Alltag darin besteht, Arbeitsunfähigkeiten auszustellen, Türen zu verschreiben oder Spritzen zu geben. Das muss ich einfach ganz klar sagen. Aber nochmals, die Leute, die Zähneprobleme haben, Zähneknirschen, Kieferproblematik, und, 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 wir nehmen dem Zahnarzt auch einen Riesenjob weg. Und ob der das will, lernen will, sich mit der Wirbelsäule zu beschäftigen oder einem Experten zu schicken oder selber an der Wirkung eine Lösung zu suchen, statt an der Ursache, das ist alles noch in den Sternen. Das kann ich nicht beeinflussen. Nein, können wir nicht. Ich kann nur anbieten, was ich kann, was ich weiß. Aber was wir können, ist, die Zuschauer zu Hause einfach aufklären, dass selbst solche Probleme bei den Zahngegenden und eben das Zähneknirschen, Zähnebeißen eine Ursache hat und die ist einfach nicht bei den Zähnen zu suchen. Ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für das Zusehen. Bitte teilen Sie diese Sendung wirklich auch breiter rum, dass möglichst viele Menschen wissen, dass dahinter auch eine Ursache zu sehen ist und nicht nur immer die Wirkung zu fokussieren ist. Und dir danke ich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und eine weitere wertvolle Sendung zu schenken. Danke herzlich. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.